This is a movie about family, about belief, about love and triumph. This definitely isn't just a tennis movie. Der nächste Schritt, der vor dir liegt, der wäre für jeden verdammt schwer. Aber für dich, du stehst da für jedes kleine schwarze Mädchen. Auf der Welt. Für die meisten haben wir alle unmöglichen Träume. Wir haben Dinge, die wir tun würden, wenn wir glauben. Ich will Champions aus den Mädchen machen. Ich wusste sehr wenig über Richard, außer wie die Presse ihn positionierte. Sie sagten, Tennis-Eltern sollte meiner schießen? Und dass sie im Moment über den Kauf des Rockefeller-Centers verhandeln? Das erste Mal, als wir mit Will satten, konnte man sagen, dass er den Mann einfach versteht. Tennis spricht insgesamt vier Sprachen. Wie viele Sprachen sprechen Sie? Ja, ganz genau. Sie sprechen nicht mal die hier richtig gut. Will in diesem Charakter ist ziemlich speziell. Er weiß, wann man Dinge in die schwarze. Achte auf eine offene Fußstellung! Das war zu geschlossen. Impeccable Timing. Und ich denke, das ist einer seiner besten Räume. Es ist ein wirklich verrückter Prozess als Akter. Und du wirst nie wissen, was die Sache wird, die einen Charakter zu bekommen. Los, bring das in Ordnung. Mit Richard war es eine Verbindung mit meiner eigenen Daughter. Du darfst dich freuen. Schlechte Stimmung kann schon mal vorkommen. Somehow, Richard fand einen Weg, dass er die Mädchen folgte. Es ist nicht aufgerüstet, es ist nicht aufgerüstet, es ist nicht aufgerüstet. Zeigt ihr denen, wie gefährlich ihr seid? Zeigt mir euer gefährliches Gesicht. Das ist ein gefährliches Gesicht. Er ist wie ein Vater. Denn, du weißt, er gibt uns Angelegenheit. Und wenn wir etwas machen, wir mit ihm sprechen. Und er ist wunderschön. Die Kleine. Das war sein Tennis. Die Kleine. Die Kleine. Die Kleine. Die Kleine. Die Kleine. Wir wollen immer mit ihm sprechen. Denn wir wissen, wir werden einen Kick von ihm bekommen. Du hättest Venus heute sehen sollen. Irgendwas hat er in ihr Klick gemacht. Sie ist jetzt bereit. Ich habe das Geschichte über die Menschen in der Vergangenheit gemacht. Und du weißt, dass es nur eine audience ist. Es ist die Familie. Die Person, die du erzählen die Geschichte überlebt. Will hat so eine großartige Angelegenheit. Und dass er wirklich wollte, dass er zu sein, aber nur wenn er hat. Er hat die Beinung der Familie. Es zeigt, wie wichtig es war, für die Geschichte zu sein, in die most authentische Form. Die Geschichte dieser Familie ist der amerikanische Traum. Ich dachte immer, du hast sie nicht alle. Die Interviews, der Blödsinn. Aber ja. Du hattest recht, sie ist ein Stark. Auf der Grundlage ist es die Kraft des Menschen, um die Verwaltungsverwaltungen zu übernommen. Venus Williams. Ist es wichtig, gegen wen du spielst? Nein, Daddy. Wirst du jede besiegen, die auf der anderen Seite vom Netz steht? Ja, Daddy. Es ist eine Wünsche für alle. Eine Wünsche für alle. In der Mitte des Menschen, die der Wünsche, aber immer nur, die die Menschen zu sein, oder die Menschen zu sein, wo die Menschen zu sein, Es ist eine Wünsche für alle.